Wo habt ihr euch angeswipet? Welche Plattform? In der Kita. In der Kita? Das hört sich falsch an. Bei der Erzieher. Und er hat dich dann vor den Kindern angemacht? Ja, da war klar, der hat gar keine Konkurrenz. Na Baby? Schau schön nach dem richtigen Mann um. Mit mir diese Kinder hier. Okay, du kriegst meinen Kuchen. Den hab ich von Emil geklaut. Den kriegst du und Emil Wein. Darfst du Wein? Aber wie hast du sie angequatscht? Was hast du gesagt? Hallo. Willst du auch keine Kinder? Ja. Auf gar keinen Fall. Es hat geregnet und ich wurde gefragt, ob ich eine Rolle gefahren werden möchte. Wer grunzt hier die ganze Zeit? Bro, wir haben hier eine MFA. Guck dir das mal in der Pause an. Geh mit der Kamera, wo ihr in den Darm geht, gehst du mal in ihre Nase an. Schön tief in die Nase. Du wurdest gefragt, ob du nach Hause gefahren möchtest, weil es regnet? Ja. Das ist deine Strategie? Mann, sie ist krass. Nee, weil ich kenn sie. Sie kommt jede Woche mit einem anderen Typen her. Mann, sie ist krass.